Grüß Sie. Am 25. April geht es um mehr als Ihre Stimme zur Wahl des Bundespräsidenten. Es geht um Ihre Stimme für Gerechtigkeit, für Zusammenhalt, für Ehrlichkeit, für Anstand, für Demokratie, für Offenheit, für Leistung, für Menschenwürde, für Nachhaltigkeit, für Gleichheit, für Österreich. Weil meine Stimme einen Unterschied macht. Weil meine Stimme einen Unterschied macht. Meine Stimme und Ihre Stimme, die entscheidet.